Jo, ich habe Stecker ausgebaut und ordentlich mit Holz versorgt. 1, 2, 3, 4, 4, 4 mal übernachtet. Und ganz viel Eisen gesammelt. Und immer noch Kapsstock. Die Staffel wird sehr, sehr sinnvoll. Jetzt ist die Polizei. Und es kommt noch Kapsstock. Dann ist es wieder Kapsstock. Jetzt muss man die Kapsstock kurz nach kapsstock. Dann kommt noch Kapsstock. Und es kommt noch Kapsstock. Im Kapsstock und Dachstock. Ihr könnt noch Kapsstock oder Kapsstock. Und das ist ein Kapsstock. Wir haben hier ein Teil, dass wir hier, wenn wir noch was, noch voll sind. Habt ihr das denn mitnehmen? Ja, ja. Okay. Mal schauen, wie die sich die sich aufhören. Ich denke, das ist ein Kaffee. Ich muss selber ausbauen. Noch nicht, wenn es nicht so dasselbe mir die Die Erde hat einen Schein. Das muss ich nicht so dasselbe, wenn ich nicht so dasselbe mir Schaube. Schnämpf Neumann Verrösslich Ich bin ein bisschen gefährlich. Ich will ja gar nicht an den Film, weil ich sicher das wenig verstehe. Ich kann auch ein bisschen viel, aber... Ich bin ein bisschen gefährlich. So, ihr seid immer auf der Schmiede. Ihr braucht Eisen. Ich hab euch Eisen abgekauft. Und ihr habt unter Konstruktion eine Schmiede. Nein, Eisen ist nicht der Fall. Tut mir leid das. Ich hab den Biefen noch auf der Welt. Dann sehen wir mal. Ich hab den Wunder vor. Ja, der Holz ist nicht. Ist das nicht ordentlich verdorben? Nein, das ist doch nicht. Ich hab gerne die Biele und die Mieter ist nicht mehr. Ich bin halt ein weiteres Biele. Nein. Ich bin ein bisschen mehr. 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 Aber da gibt es nicht viel zu erklären. Das Problem ist, dass es größer, dass es dann viel zu tun ist. Ich möchte es gleich aussehen. Ich muss das Gefühl nicht anfangen. Dann bleibe ich das Geld auch lieber, vier Diamanten, Algen und einen Bauplan und überall irgendeine Stadt zu bauen. Deshalb habe ich das Geld noch fehlt, aber ich mache nichts mehr, Ich bin da irgendwo, die Musik zu machen. Anhalts, ich glaube nicht. Ich habe alles nur mit dem Buss zu bauen. Ich bin da immer noch ein Bye-bye. du hast du da, wie kann man das ... ... du bist ... ... ich bin ganz so gut, ich bin ganz so gut ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020